Ah, so. Ja. Auch ein Mäßchen? Nein, da geht der Gäste hin. Das ist kein Tipp, das kriegst du von mir verschrieben. Es gibt zwei Schlüssel zum Erfolg in unserem Business. Erst einmal, die Sachen spannen. Der zweite Schlüssel zum Erfolg in dieser Branche ist dieses Schmuckstück hier. Es heißt Kokai. 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 Zwei Schlüsse zum Erfolg in unserem Business. Erstens. Zum Erfolg in dieser Branche ist diese Schwarzstücke jetzt ein Gunker. Gunker. Zum Erfolg in dieser Branche ist diese Schwarzstücke. Zum Erfolg in dieser Branche ist diese Schwarzstücke.